Ich bin Naomi, komme aus der Nähe von Stuttgart, aus dem schönen Schwarzwald. Wenn man nach Zermatt fährt, fährt man gefühlt ans Ende der Welt. Und wenn ich oben in Zermatt ankomme, eröffnet sich eine komplett neue Welt. Es wirkt für mich so surreal. So etwas sieht man so selten und an so wenigen Orten. Man kann Momente erleben, die man in sonst keiner anderen Bergwelt hat. Genau solche Momente machen für mich eine Freundschaft aus, dass man spezielle Erlebnisse teilt und sie fürs Leben behält. Wenn man an Zermatt denkt, erwartet man das klassische Käsefondue. Aber Zermatt hat eine sehr vielfältige Kulinarik aus aller Welt. Wenn man direkt vor dem Matterhorn steht und die Majestät von diesem Berg anschaut, das ist unbeschreiblich. Ich fühle mich hier oben komplett frei. Ich fühle mich ohne separating. Ich fühle mich auch hier oben auf. Ich fühle mich. Ich fühle mich bei mir. Ich fühle mich alsoped,